Ja, wir kommen alle aus der gleichen Gegend. Ja. Man trifft sich des öfters mal beim Einkaufen. Das sag ich nicht. Warum sollte ich das jetzt sagen? Ich werde auf jeden Fall die Jägerin sein. Ja, das weiß ich. Ja, ich habe die noch nicht gespielt. Ich auch nicht. Wenn Oldman sich wieder beim Einkaufen aufhält und ich warte und warte und warte und er kommt, nicht? Weil Oldman da ist. Ja. Wo du dich für ihn bücken musstest. Nur wegen diesen blöden Waffeln. Die hat er bis heute noch nicht angerührt. Doch. Echt? Natürlich. Hast du schon eine gegessen? Die Hälfte habe ich gegessen, die Hälfte schmeiße ich weg. Hä? Hast du einen Schuss? Ja. Er ist nur die mit der Schokoladenseite, die andere Seite schmeiße ich weg. Der Witz ist, die sind nicht separat eingepackt. Ich habe sofort, wenn ich die Folie aufmache, die ganze Packung auf. Das heißt, am nächsten Tag sind die schon wie Gummi. Ja, dann musst du ja in eine Tupperbox reinmachen. Für was haben da denn 10.000? Habe ich doch gar nicht. Ach, was ist denn das für eine Karte? Ich hasse dich. Das ist... Oh, die Karte von Mikkelmeiers. Ja, dann macht er auch den Mikkelmeiers. Das kann Oldman ja nicht kontrollieren. Ich komme ja nicht rein. Nein, ich kann das doch gar nicht kontrollieren. Knock, knock. Who's there? Wie, I fortune. Ich bin auf den Killer gespannt. Bestimmt den Doktor. So geht das. Okay. Spielt der Doktor Pilzewitz oder was? Doktor Pilzewitz. Oder Doktor Schnellschuss. Schnellschuss. Schnellschuss? Schnelltot? Nein, Schnellschuss. Was? Dann macht Doktor Skala ein Bild von beiden und schreibt, komm später. Hihi. Ultra, oder? Ja, ja, wo seid ihr denn? Also ich bin nicht da. Ich bin auf einer Party. Ich bin in Minecraft. Ihr seid im Arsch. Ich liege am Strand. Mit einem Pinaculada in der Hand. Ich höre was. Der Fallensteller kommt gerade auf uns zu. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ach was. Aus dem Superman. Ach so. Ja, hätte er machen können. Aber lässt er mich einfach stehen und versauern. Boah, da war der Zaun im Wicht. Oh, ja, aber wie? Jetzt sehe ich... Ach da! Bleib doch! Das weiß ich nicht. Ich habe eine Schmerzbehandlung. Ich habe frische Fische. Du hast... Frische Fische. In der Wack. Und wenn du gerade ein Haus hoch... Der eine ist nicht mehr ganz so frisch. Alter, was... Wieso kann ich nicht laufen? Was ist denn das für ein Blödsinn jetzt? Hallo? Hä? Deswegen... Er konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nur schleichen? Was ist das denn? Weil du immer einen schleichen lässt. Wir kennen dich doch. Hast du deine Umschalttaste an? Das hatte ich nämlich auch schon mal. Muss mal gucken, ob du deine Umschalttaste an hast. Die Taste ist aus. Ach so, das kann ich dir jetzt gar nicht. Der Skrippel ist im Haus. Jetzt. So, und jetzt der Klassiker. Falle direkt vor mir. Ja. So. Ich brauche eine neue... Du bist ja gerade reingelatscht. Ich bin gerade wieder zugegangen. Nö, bei mir ist sie auf. Guck nochmal nach. Bei mir... Arschloch. Er dreht sich um und schaut nochmal rauf. Er dreht sich um und schaut nochmal rauf. Er kommt auf euch zu übrigens. Du verrätst uns doch. Der Doktor wieder. Du, das ist wie der eine. Ach, hier ist ein schöner Kopf. Der Lachsack. Ach ja, schönes Ding, du. Naja, dann musst du jetzt sterben. Falle direkt vor mir. Falle direkt vor mir. Ja. Falle direkt hinter dir. Falle direkt hinter dir. Falle direkt vor mir. So, wir werden das mal... Habt ihr schon zwei Generatoren? Nein. Ja. Das ist eine Anzeigefehler. Ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht helfen. Und wie ihr einer sagt wieder, ich camp. Ich hab die letzten Aufnahmen geguckt. Camper. Ich hab nicht einmal gekämmt. Aber ihr. Besonders Abi. Ja, klar. Wo willst du hin? Boah, dieser Busch lässt sich nicht... Was? Wo wolltest du hin? Wo bieten du? Das ist ein Buschproblem. Dann solltest du dich rasieren. Ich hab dich doch gehauen. Du läufst noch? Hast du schon geheilt? Was? Nö. Läufst du noch oder heilst du schon? Das fand ich jetzt verwirrend. Ich arme Köder. Ist mir so eine Selbstmedikation gehört? Ich kann das ja nicht einfach machen. Eigenkörper-Urin-Behandlung? Was? Na, Selbstmedikation. Wo sind die Generatoren? Soll ich dir einen zeigen? Ja, wenn du mir den zeigst, tüttest du mich hier gleich danach. Ist ja auch nicht nett. Ich bin immer nett. Nein, erst lässt er dich ausbluten. Ach so. Immer nett. Ach, guten Tag. Guten Tag. Oh, ein netter. Sie auch hier. Nice to meet you. Nett, sie zu mieten. Du bist nett zu mieten? Ach, ihr Schweine. Manchmal. Oh, hast gemerkt, Sabi, ich konnte wieder unendlich reparieren. Ja? Hm. Stimmt. Hä? Wie geht denn das? Seit das DLC raus ist mit der Jägerin, sind so einige Bugs dazu gekommen. Oh. Also zu unseren Gunsten quasi. Ja, ja. Wie immer. Ja, wenn wir unendlich den Generator rösen, das ist, glaube ich, nicht so praktisch. Ah, nein! Säuft ja. Danke. Was denn? Der Doktor heilt sich selber. Ja, ja, so ist der Doktor. Ja, nur an sich denken. Dann Spritze in den Po und ist leben froh. Ich bin in dir. Hä? Hä? Lass das dem Doktor nicht hören. Was denn? Ich hab's nicht verstanden. Nix, nix. Bitte wiederholen Sie Ihre Antwort. Nein, nein. Ihre Anfrage. Please hold the line. Wo ist denn der Rhythm, man? Please halten Sie Ihre Leine. Nirgendwo. Irgendwo. Der jätet gerade den Garten. Genau. Die Zahn. Der Camper campt im Garten. Der guckt nach den Maden im Salatbett. Na ja, in deinem Salat. Oh, wir sind ja schon fertig. Na, wie geht denn sowas? Hä? Seid ihr unsichtbar? Ja. Wir haben unseren Harry-Potter-Tahn-Umhang. Das geht ja mal gar nicht. Dass man auch mit dem Killer nicht sprinten kann. Das ist doch an sich schon schneller. Schnell genug. Gar nicht. Ich hab nicht einen einzigen erwischt hier. Na doch, den Doktor. Doktor Edgar. Oh, könnt ihr mal sterben. Ich hab die Luke. Könnt ihr mal sterben. Ich hab die Luke. Alter. Ich hab fast reingerannt. In die Luke? Das ist aber schön. Renn noch in die Luke. Er kommt in den Kopf und zu. Hallo. Ich sag doch, ich bin viel zu langsam. Guckt euch das mal an hier. Und raus. Nein. Wir können Manfred doch nicht zurücklassen. Na, ihr könnt Manfred doch nicht zurücklassen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, feige Sau. Ich glaub, der hat mich blockiert beim Laufen. Tschüss, Manfred. Ja, das hört alle Verräter. Tschüss, Manfred. Ach so, dankeschön. Naja. Wenn der Killer auch rausrennt. Das wär's doch. Ich hab den Antitus verärgert. Das heißt ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, schönes Ding, du. Der Ultman bei mir eingut. So ne Scheiße. Ja, könnte man sehen. Stell dir vor, der Killer könnte auch rausrennen. Ach so, warte mal. Ich kann ja die... Das wäre auch cool. Gehe in den Lobby. Ich kann ja in der Lobby bleiben, ne? Ich muss ja bloß... Wir machen ja immer nur einmal Killer, ne? Genau. Leider. So. Ach so. Bin ich jetzt... Dann muss einer... Ich bin in der nächsten Liste. Ich mach. Ach so. Jetzt kann ich mich ja auch mal ausrüsten. Ich dachte, weil ich die nächste in der Liste bin, bin ich Killer. Nein, hier wird eine Reihenfolge eingehalten, die am Anfang festgelegt wurde. Aha. Ich bin breit. Können auch gerne tauschen. Nö, nö. Gut. Sprite und Hunter. Bright. Na ja, so tolle Pöpse, das jetzt hier auch nicht. was haben wir denn hier grün gesagt nein 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 falsch und den kann ich doch so ein knochen ich habe ein knochen als opfergabe hattest du unerbittlich auch drin unerbittlich hatte ich glaube ich drin den lilan das hatten wir ja auch so abgesprochen über diese tippfehler natürlich das ist ein hässchen oder feingeweite ich sehe man seine kastatur hattest du uns bei der axt auch drin bei der axt ich habe doch gar keine axt gehabt nein bei der falle meinst du jetzt bei der falle bei den fallensteller hattest du da welche addons ja weiß ich gar nicht das weiß ich gar nicht mehr er nimmt die jägerin die wollte ich nehmen die nehmt ihr doch jetzt alle das werde ich nehmen es hat geheißen das ist die killerin für mich und ich will auch testen wahrscheinlich kommen wir sowieso wieder nicht damit klar und dann nehme ich eh wieder den ballen den fallen schneller ich habe hier keinen das wollte ich nehmen die spielt sich nicht gut wird sowieso als erster stern alle bereit ich bin breit ja weil du da noch im ganzen tag gewählt hast der old man braucht halt immer ich war das schon lange fertig ach so weiß gar nicht was ihr wollt ich war nicht bei was trinken und auf toilette was kinderbuch ein kinderbuch welches zitat denn ich weiß es nicht was ich schon wieder gesagt was macht das kinderbuch das wird gekaut ach so erzähl merkt ihr das mal bitte meine frage und erzähl mal dann danach ja ja und das jetzt nicht so schnell lesen erzählt eine etwas andere wenn es ist ein wenig angesabbert das kinderbuch wenn das buch funktioniert weiß es schon sofort ach so das wäre schön was ist ich vermute was die krankenschwester darf nicht so viel hinweisen doktors kreppel hast du etwa wieder mal nicht zugehört schade ja das ist besonders habe ich jetzt die falschen killer der manfred hat eine andere karte ausgewählt ich wollte die neue haben genau ich weiß was ist denn das wenn gar nicht mal zeigen wollte aber es hat bei old man schon nicht funktioniert jetzt funktioniert bei mir nicht musst du den anderen nachher sagen er ist die jägerin ja ach nee er hat doch nach der axt gefragt sag mal hört die nicht zu du die hören nicht zu manfred wir können machen was wir wollen bei mir ist ja eh nie eine zu daher bei mir auch nicht ach so ja stimmt das ist ein gutes zitat die hört man schon zu aber anantwortet nicht oh guck mal guten tag herr frontmann hallo hallo hat dieser abi besucht wo sind denn hier die dinge hä hast du die alle versteckt das kann doch nicht wahr sein jetzt habe ich aber gleich die nase voll ach der doktor ja ich wollte sie mal ablenken du wolltest sie mal ablecken bäh na aber doppel bäh hab die sicht verloren bäh du leckgeiler perversling ach man was macht die denn tanzen tanzen tanze Samba mit mir ey Macarena er hilft mich zu Tode wenn die Quillen nicht das tun was man ihr befehlt genau ich weiß nicht ich habe noch keinen einzigen Generator gesehen ich auch nicht wie kommen die Dinger wieder aus nein hast du dich ne ahhh bist du behindert? ich kriege hier einen Herzinfarkt weißt du wie laut das ist wenn das knallt das hat mir auch gerade die Ohren weggehauen das entslaut ne das müssen sie auf jeden Fall noch patchen die müssen noch einiges patchen was diesen Killer betrifft aber cool siehts hier aus ja ja von der Optik her ist es finde ich die gelungenste bis jetzt auch mit der Hasenmaske ne ja ich find den Trailer ja schon so cool ich fand den Trailer schon so cool achso ich hab verstanden den Trainer ich hab eben überlegt ach man da häng ich wieder so nen scheiß Totem fest mach es kaputt ja ich find das blöd dass die da nicht rübersteigen hört mal bitte auf zu singen ja entschuldigung danke das Summen geht mit einem durch uah was war das denn der Doktor ist müde was machst du hier? ich wollte gerade unter das Auto ich wollte mit dir spielen Doktor wehr dich wäre da der Haken nicht gewesen hätte ich mich gewährt so da war ich gar nicht dran den kannst du da hell lassen ich mach den Trailer schon kaputt hab ich da nicht jemanden gehört? ne ne bestimmt nicht ich kann die Geräusche nicht zuordnen ich habe immer noch Herzschlag ich habe immer noch Herzschlag hast keinen Herzschlag wenn du kannst höchstens nur noch Suppen haben seit Gejodel und Gejaule kannst ja nicht Gesang nennen ja Oldman nennt es aber so ich nenne es so ne ich hab das ja nur gelesen weißt du aber hast du es gesagt? dass das so sein soll ich höre Herzschlag ja guck mal hallo können sie mich hier runter holen? geht da ja nicht muss einfach mal woanders hin können sie mal einen Eimer holen? ich hab da was abzugeben einen Eimer? ja ich brauche mal einen Eimer unter mir warum? bist du behindert? naja weil dir gleich ein bisschen Suppe aus der Hose laufen wird spende Blut rett Leben du solltest mal vielleicht aufs Klo gehen, hm? ok dann hole ich sie mal da runter ähm ich kämpfe ne ich kämpfe mit Krämpfe ja Oldman ist doch gleich bei dir und Achtung jetzt kommt der Darmsaft Meno ich hänge oh ich schaffe auch schon kämpfen echt? ja ernsthaft? ja egal sie hing ja schon mal ich leuchte schon wieder mein Kopf leuchtet schon wieder dein Haken auch hm keiner zu sagen oh ich seh dich du kommst schon wieder zu mir ja ich hab gedacht da kommt endlich jemand mal zu dir aber nein du kannst ja auch mal die Generatoren vielleicht ablaufen nö ich will hier die Gebüsche und so ablaufen nö tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala da das ist ne Spur ist jetzt wieder weg ne ach was denn? Ist was passiert? hab ich was verpasst? er hat uns genau beobachtet verdrennst du auch mir hinterher? Keine Sorge, ich nehm Skrippel. Ihh! Der sich schon wieder hier im Kreis geht. Wo willst du hin? Ähm, ich hab mein Salatbeet noch nicht gewendet. Was hast du? Du hast seins. Was hat der grad gelabert? Sein Salatbeet. Aber da war doch ein Haken. Wollte ich dir unbedingt zeigen. Du kannst mir mal deine Axt zeigen. Ich hab keine mehr, tut mir leid. Ich bräuchte die mal, um deinem Schädel zu spalten. Wieso, äh, wie viel Äxte hat man denn? Fünf? Wo findet man die? Weiß ich nicht. Ja, in den Schränken, wollte ich sagen. Guck da mal rein. Da hat der Typ eine rausgeholt. Das fand ich interessant. Und ich bin auch der Meinung, dass ich ihn im Schrank für eine Axt gesehen hab. Oder zwei. Ah, ja, die Schränke leuchten auch mit den Äxten. Ah, noch leichter, ne? Aber nur, wenn man in einem bestimmten Radius ist. Ach so. Also wenn man einen rausnimmt, hat man gleich wieder fünf. Das fand ich echt. Und im Schrank sind drei Äxte. In jedem Schrank. Drei Äxte? Ja. Also, dreimal 15. Äh. Ja, gleich. Drei mal 15. Ohnein. Wird die Stimme? Oh, hier irgendwo. Der entringt grad den Exxon. Mann, diese scheiß Dingsbums. Welches Bums? Du bumst mich hier die ganze Zeit an. Wie? Äh. Angebumst mit Geode. Lieblich, den ich freiwillig bin. Ich hab Tinnitus im Auge. Ich seh überall nur Pfeifen. Das hast du nicht nur im Auge. Das sind es eher die Tiere. Das hast du auch auf die Ohren. Naja. Ich hol mir erstmal nochmal ne Axt. Ja, 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 ja. Also das mit den Schränken müssen wir auf jeden Fall reduzieren. Ja, ne? Das ist so einfach, ne? Das ist viel zu viel. Fünf in jeder Runde hätte gereicht. Dass man fünf extra hat, ja. Vollkommen. Wenn man sich diesen Werkzeugkasten an dem Po hängt, dann würdest du das Kuhglocken-Geräusch imitieren. Oh, bist du drauf? Dieser Mensch ist manchmal echt sehr seltsam. Ach, jedes Mal, wenn ich in den Schrank reingucke. Ich würde den Killer gerne verwirren. Ich hab mir dazu Engies Hosenanzug geholt. Was? Ist doch gerade jemand vor mir vorbeigelaufen. Mensch. Hat das nicht funktioniert? Habe ich dich geblendet? Habe ich dich geblendet? Natürlich hast du mich geblendet. Oh, es hat funktioniert. Aber vorher konnte ich ihn nicht schlagen. Ja, ich weiß. Ich wollte unbedingt sehen, ob das funktioniert, weil ich so doof war und keinen Sandikasten mitgeladen habe. Der wäre jetzt viel besser gewesen. Er hätte ich mich lange heilen können. Hast du in den Keller mal gucken können? Nö. Ey, nicht den, der ist dreckig. Der hat Flecken. Na. Aua. Hab Sabi schon lange nicht mehr gesehen. Die ist auch nicht hier. Die hat's zerrissen. Ist schon hier, aber die Frage ist, wo? Die ist weg. Die ist gesprengt. Gesprengt oder gespratzelt. Achso. Da ist sie doch. Weiße. Komm ich jetzt drüber? Da. Uthman bitte zur Rektalkontrolle. Uthman bitte. Hä? Was denn? Das macht irgendwie für mich mit den Augen nicht gerade nur... Oh scheiße. Ich höre sie wieder singen. Ich höre sie gar nicht singen. Und wir singen und klatschen dreimal. Sie singen gerade ihren Namen hier. Sie ta... Ohohohohoho. Die Einstiege kommen dichter. Ja, mehr wie... Hilfe. Kannst du mal damit aufhören. Das ist nicht nett. Ja. Bist du. Das hört sich an. Ah. Scheiße. Ich habe schon in den Nacken geklatscht. Geh weg. Du stinkst. Da ist ein Nackenklatscher. Das tat... Das tat... Das tat... Das tat... Wieso tat das gut? Hat für den Ding... Nackenklatscher. Aha. So viele Ecks. So viel Klatscher zum Nackenklatscher umgeschwenkt. Ja, das ist total oberpowert. Also, das ist ein Killer, auf den so wie sie ihn jetzt haben, könnten sie darauf verzichten. Das macht ja gar keinen Sinn. Einmal verbrechst du. Auf Wiedersehen. Und er kämpft. Ich muss ja auch mal hochrennen. Er kämpft immer noch. Das sagt ihr zu mir auch immer. Ich habe den Beweis. Du kämpfst ja auch im Ritz. Das ist immer noch ein Leid. Ja, ja. Ah, Sabi. Muss ich da jetzt wieder hinrennen? Wir sind doch gar nicht mehr da. Doch. Ihr habt unten eine Explosion gemacht. Wir haben unten eine Explosion gemacht? Ja, wenn ihr zum Beispiel beim Heilen verkackt, ist es wie beim Generator. Wir haben uns ja noch gar nicht geheilt. Wir laufen doch... Oh, das darf ich ja nicht sagen. So, unten ist aber ein Gewicht. Heil. Ich habe doch Space gedrückt. Warum geht sie denn nicht raus? Naja, ich bin jetzt tot. Einfach Shift dabei gedrückt halten und dann geht das besser. Ja, das hat man mir noch nicht gesagt. Das ist doch grundsätzlich... Ich diskutiere nicht. Ich habe es aber schon mal gesagt. Ich sage ja immer glundletzlich. Ja, glundletzlich. Das ist wie ich schon sagte. Da läuft ja eh keiner zu. Na ja, ich bin jetzt auch schon gleich wieder dran. Ich habe schon extra nicht den Keller genommen. Ja, ich weiß. Du spielst gern mit deinem Essen, ne? Ich weiß nicht, wenn seine Ängste ausgehen, wirft er mit Gummistiefeln. Mit Kondome. Benutzte. Ich habe keine Hütung. Mach ich gerne. Dann kriegst du so einen Ergussklatsch in den Lacken. Hä, war er hinter mir? Ja, ich habe jetzt nicht gucken wollen. Ich will nicht. Lass mich. Ich kriege. Ich bin eine Raupe. Ich bin eine Blutraupe. Na, 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 na. Ja. Mein Gebüsch. Geh da weg. Das ist meins. Moin. 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 Wenn die nicht immer mal aufhört zu singen, werde ich Paronyo. Was? Wenn die nicht immer mal aufhört zu singen, werde ich noch Paronyo. Dann bist du ein Paranoide. Furchtbar. Die immer singt. Boah. Tschüss, Abi. Boah. Danke. Einmal entscheidend frisieren, bitte. Ich habe mein Leben für dich riskiert. Riskiert? Riskiert. Sie hat ihr Leben frittiert. Na komm, wir gehen in den Keller. Oh, ich will aber nicht in den Keller. Ich habe Angst im Dunkeln. Wer will denn in den Keller? Ich mag das, mit meinen Opfern zu spielen. Ja, ich weiß. Deswegen gehe ich jetzt hier hinten in die Ecke. Wäre fast fertig gewesen. Ja, komm. Macht doch. Danke. Wo geht es denn hier raus? Wo geht es denn hier raus? Die Treppe hoch. Nimmst die Leiter. Boah, Alter. Ich werde nichts sagen, aber das sieht voll nach Regelblutung bei dem Old Man aus. Gar nicht. Alter. Das ist mein PV. Du solltest dir mal Tampons kaufen. Das tropft völlig aus, ey. Ich bin tot. Viel Spaß, Old Man. Und es wird keine Luke geben. Na nicht. Ach, scheiße. Stimmt. Ich bleibe einfach hier stehen. Ah! Nein, du solltest drehen. Das war ja mal Glück. Was? Konntest du wieder werfen? Nein, ich habe dich gehauen von oben. Von oben? Kannst du mich hauen? Ich war doch schon unten. Ich war unten, als du mich gehauen hast. Nein, ich habe dich in die Luft gehauen. Ach so. Ach so. Stöhne mal nicht so rum. Oh, was für ein Spiel. Was denn? Ich will mein Gesummel hier. Ach, guck mal, was da liegt. Ich habe den Ausgang auch nicht mehr gefunden. Was lag denn da? Ich habe jetzt nichts gesehen. Werkzeugkiste. Ach so. Das war meine. Probier mich nicht. Ah! Ich wollte noch ausweichen. Das Ding ist laut, ey. Ne, bei mir geht es eigentlich. Bei mir auch. Bei mir ist auch ganz normal. Ja. Überrasch nicht. Du hast hier, naja gut, ich kann das ja mir alles schön getrennt einstellen. Wie lange willst du das jetzt noch so treiben? Ja, bis du endlich aufhörst zu wickeln und ich dich am Haken kann. Wieso soll er dich denn wickeln? Du kannst mich doch trotzdem mal in den Haken hängen. Nee. Du bist doch eben auch abgehauen. Du kriegst noch Pampers. Ich versuche, komm. Ich. Wenn du dich da vorne frei wickelst, kann ich schlecht aufhängen. Aber sei getrostet, jetzt brauchst du nicht mehr den Killer wickeln. Ich werde dich mal über einen Killer wickeln. Na, wenn die schon so gut sind, bin ich nicht ein bisschen wie der Killer-Bude. Nee. Das war auch frei. So, ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Was? Wozu? Ich habe doch nur 18.000 Punkte. Bei mir hast du 31.000. Oder zeig dir die Gesamtpunktzahl an. Bei mir ist die Gesamtzahl. Bei mir wird gerade im Chat geschrieben, die Jägerin hat was von Groh. Na, ich wollte das nicht öffnen. Ich gehe in die Lobby. Keiner hat es gehört. Ja, das habe ich gehört. Aber finde ich nicht. Nicht? Ich schon. Soll ich euch wieder einladen? Nö. Wir sind doch alle da. Wir sind doch alle da. Wie kann ich jetzt wechseln? Was? Na unten, das Auge. Ja, ist gut. Ein wenig lauter da. Dann musst du nochmal drauf ticken, dann bist du ein Killer. Du bist gerade zu sauer. Auf Sabi habe ich jetzt aber Angst. Die konnte schon mit einem Fallensteller gut umgehen. Was darf ich denn jetzt eigentlich an Perks nehmen? Die grünen, ne? Ja, und den mit dem Knüppel da, den lilan, den kannst du auch nehmen mit dem Cooldown. Den haben wir ja immer gesagt. Die Killerin hat keine neuen Outfits. Nee, ich habe schon geguckt. Die hat gar nichts, ne? So richtig. Angst, Angst, mir macht. Das ist gar nicht... Was hat denn der David für Perks? Ach, ganz normal. Ja, das ist mal eine Idee. Das ist eine gute Idee. Ich bin... Oh, ich war ja noch nicht bereit. Was ist eine gute Idee? Du kannst schon bereit drücken. Ach, darf ich? Ja. Was mehr macht Pippi in der Büchse? Der Doktor. Danke, Asura. Eine steht hinter mir. Oder zwei. So, dann nehme ich noch einen gelben Koffer mit. Wieso? Was ist los? Jetzt habe ich totalen Scheiß-Morren-Böller gekackt. Ich höre das schon. Du schaffst das. Heute Nacht werde ich dann die ganze Zeit so summen. Ich höre sowieso nichts. Stimmt, allerdings. Du hörst ja nicht immer die Betrunkenen, die draußen rumsingen. Die Betrunkenen? Die sind so furchtbar, Menno. Irgendwann, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die haben mir Scheiß-Bier unten stehen gelassen. Hätten mir Mist ja auch mitnehmen können. Andere Klamotten hat der nicht, ne? Nein. Sie wird wohl erst mit den nächsten, der jetzt sie wiederkommt. Vermutlich, vermutlich. Was denn wieder vier Euro kostet. Oder fünf, oder sechs. Na, Outfits waren nicht zu teuer. Ah, du hast es wieder versucht. Das war nur mehr ein Gedanke. Ich habe es nicht versucht. Was ist denn das jetzt? Ich glaube, jetzt kommt aber wirklich das, was Scrabble ausgewählt hat. Das wäre schön. Dann können wir mal die neue Map zeigen oder sehen. Sabi hat gerade einen anderen Ladebildschirm. Was? Was ist das hier? Was für ein anderer Ladebildschirm? Ich habe drei Bilder. Ja, die habe ich schon den ganzen Tag. Ach so. Ich habe immer noch mal meine fünf Striche. Groß, Abi. Ja, als alter Stricher steht dir das ja auch zu. Oh, ey. Ich habe mir mein früheren Leben ausgelistet. Oh, nee. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Können wir bitte nochmal raus? Ja. Ja, ne? Wie geht das? Spiel verlassen, oder? Ach, Emi, nee. Äh. Das Spieler geht und ist tot. Ich hätte noch nie das Spiel verlassen, deswegen. Äh, wie jetzt? Und was jetzt? Ähm, Freunde töten. Ich hätte nicht die Gruppe verlassen. Nein. Also wir hätten doch bloß zurück zur Lobby gekommen sein. Ja. So, jetzt muss ich bloß gucken, ob da alles drin ist. Ja, genau. Genau. Das ist natürlich weg. Haben denn irgendeine Opfergabe drin, dass wir andauernd auf diese Map kommen? Nee, ich nicht. Ich habe immer den roten Wald drin. Ja. Ich auch. Ich schaue mal, warte mal. Immer nur einer, hatten wir gesagt, ne? Ach so. Also. Sonst ist noch alles da. Ich will es nicht aus. Während du fragenst, er hältst du keinen Schan-Ei-Rotus-Niederpöck darf ich nicht nutzen. Ich habe einen Immobilienschlüssel. Dann mache ich was anderes. So. Ich bin bereit. Erhöht die Chance, nach Heddenfield geschickt zu werden. Ja, das ist ja nicht das Richtige. Sowas mach bitte nicht. Das könnte denn nachher das andere aufheben. Wartet, wartet. Nichts drücken. Hilfe. Soll ich mein bereit wieder... Ach so, Dr. Scrabble ist ja noch nicht bereit. Ich habe jetzt mal was anderes. Ich habe was Braunes jetzt reingemacht. Mach das raus. Mach das raus. Oder soll ich komplett rausnehmen? Raus machen. Ich verbleibe. Kann zum Beispiel nehmen, alle sind zusammen beim Start. Ja, genau sowas. Aber keine Karte. Also nicht, dass wir auf eine bestimmte Map kommen. So meine ich das jetzt. Das hat dein Manfred ja ausgewählt. In der Hoffnung, dass das klappt. Oder dieses rote Waldbuch. ist an sich Head-on-Field falsch abgelehnt, oder? Das kann auch sein. So was wie der Nebelschleier geht auch, ne? Ja. Ja, aber nicht dunkler. Die Opfergaben... Was? Nein, die Flasche ist in Ordnung. Nein, er soll es nicht dunkler machen, meine ich. Die Flasche kann er meinetwegen nehmen. Die gibt es ja auch als heller. Hier wird gefragt, was die Opfergaben machen. Die tun auch eigentlich die Chance erhöhen, entweder auf eine bestimmte Map zu kommen, oder... Möglichst weit weg vom Killer zu starten, oder alle vier zusammen, oder irgendwie sowas kann man dann... Muss man dann immer sehen. Oder begünstigen halt. Oder hier, dass es dann eben ein bisschen heller wird, oder ein bisschen dunkler wird. Der eine nimmt dunkel, der eine nimmt Henne, und schon ist das normal wieder. Ja, genau. Weil man nicht auf mich hört. Doktor. Ich hab doch das Richtige genommen. Ja, du hast es dunkler gemacht. Und Oldman heller. Ja. Läuft weich. Ja, genau. Echt jetzt? Ja. Hab ich echt das falsch angeklickt? Ja. Die Flaschen sehen gleich aus. Die haben aber unterschiedliche Wirkung. Man muss das schon ein bisschen lesen, was da steht. Ja, ich hab gelesen, aber ich hab dann noch das falsch angeklickt. Ja, weil optisch sehen sie ja gleich aus. Es gibt ja keinen Unterschied. Also, das Icon dazu sieht genau so aus. Boah, das dauert. Ja. Ist sie das? Was ist das jetzt? Das ist sie. Geil. Wir haben die Muttersbehausung, roter Wald. Aha. Können wir vielleicht da anfangen so machen, dass wir kurz uns ein bisschen umschauen können. Ja, können wir gerne machen. Darf ich mich dann auch umgucken als Killer? Na klar. Das ist ja geil. Jetzt muss ich nur noch den vereisten Wald geben von... Das ist jetzt die neue Map, die wir zusammen mit der Jägerin... Von Infinite Warfare, Manfred. Also, wenn ihr mich sieht, nicht erschrecken. Ich will mir auch umgucken. So was fehlt prinzipiell noch, ne? Was ist das für ein Haus hier? Was denn? Oh, hat sie die auch genommen? Das war ja klar. War ja klar. Ich tue nichts. Ich mach nichts. Wir müssen ja auch die erstmal testen. Oh, hier ist ja ein netter Schlachtertisch. So wie ich es mir schon gedacht habe. Du bist du, das will ich auch gucken. Ich bin hier irgendwo im Haus. Du hast dir das mit Multiplayer so gedacht. Ich hab mir das generell so gedacht. Ich hab gesagt, wir werden denn alle nur diese Killerinnen haben. Warte, ich will auch gucken. Ja, alle nicht. Oh, das ist krass gemacht, das Haus. Ach, da bist du. Warte. Ich schlag nicht. Keine Ahnung. Hm, lecker. Ja, komm hier mal an. Guck dir mal das Haus hier drin an. Das sieht aber geil aus. Das ist ja voll cool. Gefällt mir. Ihr sagt, wenn es losgeht, ne? Hm. Hier oben hast du hier oben schon gekauft. Das ist nett. Du bist ja die beste Map. Ja. Hey, cool. Also die Map ist richtig cool, ne? Von hier oben kannst du auch runtergucken. Schön, wie sie alle hier oben rumrennen. Krasse Sache. Hm. Hier war aber noch irgendwo ein Haus, ne? Aber voll cool, ne? Du hast ja nur zwei Häuser gesehen. Achso, ich dachte, ich hätte hier noch ein drittes gesehen. Was ist das da? Ah, nee, das ist hier nicht cool. Das ist nur so eine olle Hütte. Ich renne jetzt mal einfach irgendwo hin, ne? Ach, das ist die Hütte mit dem Keller. Kann man das sterben? Geht's jetzt eigentlich schon los, oder nicht? Nein, ihr müsst sagen, wenn's los... Achso, ups. Scribble, ich hab dich grad gesehen. Ja, ich weiß. Aber ich hab nicht gesehen, dass du da bist. Hä? Äh, hä? Mahlzeit. Ihr müsst voll sagen, wenn's jetzt da mal losgeht, ne? Du könnten? Ja, wo sie gerade bei mir vorbeugelaufen ist. Ich stelle mich mal irgendwo in der Ecke und warte das fünf Sekunden. Und dann... Natürlich rennst du dann natürlich weg, bevor es beginnt. So, also ich steh jetzt irgendwo mal rum, ihr rennt jetzt mal schön weg. Und sag dann, wenn's losgeht, bitte. Ich bin bereit. Okay. Okay. Ja, okay. Na, aber ich will ja nicht einfach losrennen, wenn ihr noch gar nicht so fertig seid, oder irgendwas. Ich bin total fertig. Aber voll cool, ne, die Map. Die ist schön. Der alte Mann ist immer fertig mit der Welt. Kommt gleich nach dir. Ihhh. Was? Das ist Sau. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, genau. Würde ich jetzt auch behaupten. Das war mein Darm, der Geräusche macht. Ach, geh zu. Das hat so'n Pups an sich. Oder meinst du, das kommt aus dem Mund raus? Na, hab ich nicht. Ja, ja, ja. Beim Drücker ist alles möglich. Nein. Ja, eben. Ach so, und wie geht das jetzt mit dieser Axt, oder wie läuft das ab? Ähm, Rechtsklick. Bedrückt halten. Na, wen seh ich denn da? Ja, war ja klar. Äh, Rechtsklick, hast du gesagt. Genau, bedrückt halten. Und dann irgendwann loslassen, oder wie? Genau, wenn du loslässt, wirfst sie. Ah, okay, checks. Alter, ist das laut. Wer ist denn das jetzt eigentlich hier? Das steht doch da. Das ist Onkel Fritz. Da hab ich nicht hingeguckt. Wickel mal nicht so hier. Wickel, wickel, wickel. Wie komm ich denn da hoch? Na gut, dann geh ich da hin. Hängst du schon? Hä, warum wickelst du nicht? Na, ich soll doch nicht wickeln. Bist du jetzt beleidigt? Nö. Du hast gesagt, ich soll nicht wickeln. Ich bin nett. Was komm jetzt hier? Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Aber ehrlich, hier ist es ein Kiste. Ihr seid doch sowieso keinen. Ihr seid doch kilometerweit weg. Ja, du musst doch auch mal warten. Chill your bars. Habe Geduld. Ach, guck mal, wer kommt mir denn da in den Arm? Ja, das ist jetzt... Warte, was denn du versucht? Aber jetzt muss ich in die Richtung kommen, weil ich meine, ich werde niemand hinterher, ne? Ja, das ist eh jetzt... Jetzt ist eh die Stimme versagt. Warum? Komm, hier lang. Ich habe einen Kasten. Du kannst eigentlich weglaufen. Okay. So, wo haben wir denn einen Haken? Wickel mal nicht so, das ist ja Wahnsinn hier. Wo möchtest du denn angehackt werden? Es sind noch die Plätze in der ersten Reihe fertig. Wie nenn die Manni, das mürische Mammut. Wen denn? Oh, nö. Na, den Haken würde ich jetzt nicht nehmen. Ja, aber da ist ein Lagerfeuer daneben. Da frierst du wie nicht. Da, weil ich kurz vorm Freiewickeln war. Achso. Tut mir leid. Kannst du ihn nochmal abhängen? Nö, ich mach wie du Fluchtversuch. Ja, mach. Ja, natürlich nicht. Hallo. Lauf weiter. Ihr habt beide den gleichen Charakter, ne? Nee. Das merke ich jetzt erst. Hm, gut, dass da eine Palette ist. Gabi, nehm ich. Das war nicht ich. Nee. Ach, Oldman, du schon wieder? Hm, hm. Äh, ich bin blind. Zeig dir doof. Ich war kurzzeitig verwöhnt. Verwöhnt? Blinzler, was machst du da? Ich schätze mal, ich schätze mal, dass keiner kommt. Ja, so in etwa hab ich mich grad gefühlt. Schneller. Langsamer. Bist du schon tot? Nee. Ach man. Was denkst du denn? All die Mühe umsonst. Welche Mühe? Da mal zuschauen. Ach man, den Ohrwurm krieg ich von der doch nicht mehr raus. Ja, was nimmst du sie? Ja, weil ich sie auch mal spielen wollte. Gut, dann machen wir jetzt was anderes. Ö, la, 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 la. Oh nee, macht so einen wieder. Kann ich ihn töten? Darf ich ihn freiwillig töten? Ja, töte ihn. Gut, dann machen wir was anderes. Ja, wer packt denn spät noch ein Baggerloch? Guck mal, da stehst du schon. Die olle Zippe. Oh, hast du einen Glück? Ja, was denn? So einfach mach ich das jetzt aber auch nicht. Das war aber gut, Manfred. Ich muss denn loswerden, sonst kann ich ja nicht schnell rennen hier. Ach, dann läuft es nur langsamer. Ja, voll. Da, Marschek. Wie, was, wo? Na, 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 na. Hallo. Klingeling, klingeling, hier kommt der Eiermann. Klingeling, klingeling, kommen sie alle an die Eier ran. Was mach ich denn da? Nix. Zieh die Axt unten. Was macht die denn da? Was war das? Weiß ich nicht. Das war ja witzig. Hey, cool, was ist denn hier? Habt ihr das schon gesehen? Mit dem Lagerfeuer im Haus? Nö. Wofür geht's denn in Killerposition? Ja und, ich find das halt cool, die neue Map. Die Map ist gut. Das ist mal was anderes, ne? Warte, wie schreit der Typ? Hey, das Fenster ist nicht für dich. Ach, das Haus hab ich noch gar nicht gesehen. Nee. Was denn? Das war das, wo wir uns vorhin getroffen haben, in der Mitte. Also sind das insgesamt drei Häuser? Ach, gibt's noch mehr davon? Ja, sag ich doch, das ist drei. Ach so. Wo seid ihr denn jetzt? Na, es gibt ein kleines, denn dieses große und dann noch ein etwas kleineres. Och, nee. Wenn ich das richtig mitbekommen hab. Mhm. Hey, was war denn das für eine Explosion jetzt? Das ist, wenn man jemanden vom Haken holt. Was ich vorhin meinte. Ach, die hat man immer? Ach so, du hattest Heilung gesagt, deswegen dachte ich, du meintest... Ja, Heilung ist auch. Aha, aber geheilt hatten wir uns ja vorhin noch nicht. Ja, vielleicht war das vom Haken. Bestimmt. Wenn der Haken auch so einen Krach macht, war es vom Haken. Joa. Sauber in eine Sackgasse rein, ne? Ja, ich kenn die mit. Du musst die erst wieder, ne? Auswendig lernen. Was willst denn du jetzt? Ja, fast. Dreh dich doch mal bitte um. Nee, geh weg. Jetzt renn. Persönlich. Was willst du denn? Hast du nur zweimal gehongen, Manfred? War das jetzt das zweite oder das dritte Mal? Ich würde meinen, das zweite Mal. Und dann stirbt man schon? Ja, vielleicht habe ich schon, äh... Ich glaube, ich hatte schon hier dieses... Na, verteidigen, oder wie man das nennt. Ach so. Was machst du denn da? Was machst du? Ich wollte diesen Busch mal gehen. Dachtest du, ich check das nicht, dass du nicht weiterhinst? Aber ich bin doch fair gewesen. Ich habe diese blöde Axt nicht benutzt. Oder was meint ihr? Nee, diesen Hacken, nee. Nee, ich finde diesen Killer, der ist einfach zu stark. Aber ich habe nicht diese komische Axt benutzt. Nur einmal. Ja, aber ich meine nur so generell jetzt. Ja, aber... Hat zu viele Möglichkeiten. Man hat sie jetzt einmal gespült und dann die Lieder und dann ist gut. Ich finde die lustig. Außer sie tut sie gut, also das ist gelungen. Und die Map dazu gefällt mir. Die Map ist richtig cool. Die ist mal was anderes, finde ich. Nicht so langweilig. Die ist richtig gut geworden. Ein bisschen detailgetreuer. Das versuchen wir gleich nochmal, die zu kriegen, ne? Ach so. Würde ich vorschlagen. Wir brauchen ja eigentlich alles bloß so lassen, wie sie war. Vielleicht. Eigentlich, ja. So, ich bin Killer, ne? Oh, mir ist warm. Ich schwitze aus jeder erdenklichen Pore. Iiii. Bisschen pervers. Ach, David hat noch ein anderes Outfit. Interessant. Ach so. Wie ich jetzt lasse. Aber David finde ich ein bisschen zu fett. Das kann man hier nochmal. So breit. Jo. Oh Mist, was meinte ich? Ach so, ich wollte ja nochmal nach... aussehen gucken. Ja, genau. Mist, jetzt ist es wieder draußen. Eine Unterscheidung gibt's noch. Manfred. Einen? Ich hab hier keine, eine. Ich hab nur eine. Nee, zwischen uns beiden. Ja, du hast ne dunkle Hose. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Du auch, Sabi. Genauso wie wir. Warte. Dann, warte, mir geh mal auch in Ultmans Hose. Hm? Iiii, was? Du greifst in Ultmans Hose? Iiii. Na klar. Ich bin Pädo Bär. Äh, der steht genau hinter mir und hat die Knaller in der Hand. Das sieht gut aus, Sabi. Gut. Na? Jetzt fehlt noch der Killer. Ja. Hat einer das, äh, für das Anwesen mit ausgewählt? Nö. Was für ein Anwesen? Äh, hier für... Ach, der Roter Wald hieß das, ne? Für die Farm. Das hab ich als Standard drin. Gut, sehr schön. Ja, aber jetzt hast du doch wieder eine Opfergabe drin. Ja, was, ich? Ja, aber eine Flasche. Ach so. Eine Flasche. Der, jetzt ist ein Flaschenkind. Wollt ihr mich eigentlich verscheißen? Ich weiß ja nicht mehr, wie er ist. Ich identifiziere euch an euren Gerüchen. Ja, da wäre es da bei mir Schwierigkeiten ab. Ich hör die ganze Zeit, diese blöde Jägerin. Schon wieder? Habt ihr schon wieder? Ja, Scrabble, dein Ernst. Zweimal in Folge. Ja, siehste Manfred, das hab ich gemeint. Aber ist egal, müssen wir jetzt durch. Ich hab das sogar frisch eingestellt. Deswegen hab ich den Ding Fallensteller genommen, damit wir wenigstens einen anderen Killer haben in unserer Runde. Ja, wie ich schon sagte, einmal muss man ihn schon mal spielen. Ja. Bei Multiplay funktioniert das ja nicht so. Ich fühl mich jetzt ganz schön anders. Beate, Beate. Hat aber funktioniert. Sagt der mit den Hobbit-Füßen. Ja, hätte ich nicht erwartet. Hast gehört? Was denn? Ich hab grad gesagt, sagt der mit den Hobbit-Füßen neben mir da. Ja, der Doktor, Scrabble hat überall Haare. Ja, das stimmt allerdings über den Füßen. Nur nicht im Gesicht. In den Nasen. Ist der da vorne? Na, David. Weiß der so? Ich weiß. Das ist David King. David King. Ich kann nicht halt mit Sabi auseinanderhalten. Das ist David Schwinglingling. Das ist der Michael. hab ich nicht verfühlt. Was habt ihr denn? Ich hab einfach den Generator weitergemacht. Ich hab ihn ja auch nicht gesehen. Er hat Michael genommen, das find ich in Ordnung. Jetzt hast du einen kleinen Hut, Doktor. Was, er hat einen kleinen Hut? Ja. Jetzt kann ich versuchten, man hat die Hähren, ist schon gut, ist gut. Mein Gott, wo rennt's nur hin, Junge? Man lernt das auch nur, wenn man gegen ihr spielt. Und jetzt verpissst dich. Ich will dir hier helfen. Ey, was willst du? Von hinten? Ach, der ist geblutet, mein Freund. Es wird geblutet. Den meinst du mit verpissst dich? Ja, natürlich. Ich dachte, du meinst mich. So, ich? Das bin ich? Ich hab nur dieses Geräusch gehört von Miles und dann hab ich vielleicht, hab ich in Hildenkung gesagt, verpiss dich. Achso, alles klar. Er wollte meinen Mundgeruch ausreichen. Sein Mundgeruch? Ja, den wollte er ausräuchern, ja. Ich häng mal hier. Ja, wir sind, wir machen Generatoren, ne? Wir holen dich dann irgendwann mal ab. Ja, halt durch. Wenn ich noch einen Millimeter hab. Genau. Das ist der Plan. Ja, ja. Ihr seid selbst, Mörder. Du kennst uns gut, ne? I'm ach. I'm saved. Äh, wie war das? Ach, was? Halt, bleiben Sie stehen. Das klingt nicht gut. Silence. Ge weg. I kill you. Ge weg. Ich komm gar nicht mehr so hoch. Ge weg. Warum hab ich nicht den Böller geworfen? Weiß ich nicht. Ge weg. Ich geh da mal kämpfen. Ge weg. Oh, halt doch mal still. Ge weg. Sabi, such in welche Richtung läufst du? Sabi, Sabi, Sabi. Nein. Ach, ich lieb. Joa, lasst mich halt nicht mitspielen. Kommen Sie mal mit. Ja, das ist nett. Danke. Hast du Griff drin? Was hab ich drin? Griff. Keine Ahnung. Ja, kann sein. Bist du doof? Welche Farbe? Rot. Grün? Nein. Ich hab alles grün. Nein, wenn ich wegle, hab ich rot. Und das ist eigentlich ein Anzeichengriff. Er schummelt. Camp der? Nein. Wo ist er denn hin? Der ist irgendwo abgehauen, aber jetzt würde er wohl kommen. Ich suche. Camper. Genau. Assi Camper. Es ist bewundern, wie viel Blut ich habe. Ja. Ich verdiere so viel Blut und hab trotzdem Blut im Körper. Was? Ich hab Wut im Körper. Soll ich die mal rauslassen? Ich hab auch Blut im Körper. Du blutest aber nicht. Doch, alle vier Wochen. Das ist ein Flatulenzen. Ich sag, das ist Blut im Körper. Er hat seine Hämorrhoid-Erblutung. Na und? Ich spreche dann aus Erfahrung. Hat jeder seine Rieden. Hämorrhiden. Androiden. Der Rieden. Klaus von Frieden. Nein. Ey. Hab ich dir das erlaubt? Ich hab dir mal so einen Schlitz in den Nacken gezogen. Ja. Schaut dir jetzt besser aus, wa? Die Cut-Frisse. Du bist jetzt der fast kopflose Old Man. Hä? Was erzählst du mir hier, Sabi? Du bist doch angeschnibbelt worden. Nur ein bisschen. Kennst du nicht den kopflosen Nick? Den fast kopflosen Nick? Oh, scheiße. Der ist einfach zu langsam. Von wegen, die sind schnell. Ich hab gesagt, der Killer ist schnell. Okay. Viel Spaß bei Study Valley. So, wo bist du? Wo willst du denn? Ja, ist rot. Ist eindeutig rot. Ja, du brauchst auch gar nicht weggehen. Du kriegst nichts. Naja, der Doktor wieder. Ja, das macht er ja immer. Bei mir letztens Meckern, wo ich außerdem auch Geriff drin hatte. Ich hab gar nicht gemeckert. Nein. Ich such die Aufnahme wieder raus. Die ist drauf. Du brauchst bloß bei uns gucken. Die hatte ich ja hochgeladen. und folgen. Letztes Wochenende. Menno, ich wollte ja auch. Lass dich mal anfassen. Warte. Nein, don't touch this. Ich wasche dir erstmal die Haare. Das ist aber lieb. Auch die unter den Armen. Und die auf dem Rücken. Und den am Arsch. Die wärst du mit den Achseln? Und die haben Popo nicht. Äh, was ist denn unter dem Arm? Mal ne rhetorische Frage. Wow, bist du behindert, ey. Was ist denn bei dir? Aufgepasst. Äh, wo bist du denn jetzt? Weg. Hä? Wo bist du hingerannt? Blut schon weg. Kommt denn in der Nacht da oben? Unter den Armen sind die Achseln. Als Doktor sollte er das eigentlich wissen. Ich bin der Doktor in Scrabble. Nicht der Körperhygiene. Ich bin der König der Welt. Ich nicht. Ja. Ich verstopfe deine Poren bis in die Ohren. Sabi, andere Richtung. Bitte. Äh, nein, nein, nein. Falsche Richtung. Verarschen. Was denn du? Das hab ich gehört. Hier in der Web gibt's ja sogar Regen. Ach. Tatsächlich. Ach, echt? Bist aber ein ganzer Slauer. Wo seid denn ihr? Komm mal hoch. Ich. Ich warte die ganze Zeit, dass du zu mir kommst. Aber du verschmeißt mir. Über dir. Ja. In dir, was? Ja, ich kann auch in dir sein, wenn ich das möchte. Bäh. Ii. Hättest du wohl gern. Stimmt. Ey, was macht denn ihr jetzt da? Ja. Hier ist doch kein Meiers. Wir müssen fertig werden. Nix da. Du hast doch einen Sandikasten. Warum heilst du dich nicht, Sabi? Oh, ich hab ihn gesehen. Achtung. Und er kommt. Er ist gekommen. Er kommt. Nein, Herr Doktor. Ich bin auch ganz lieb. Ein scheiß Dreck warst du. Du hast den Griff drin, lass ihn mir in Ruhe. Du Cheater. Aber ehrlich. Du bist ein unfairer Spieler. Camper. Ich werde dir jetzt eine neue Po-Ritze ziehen. Ich gebe erst mal gleich einen Wack-Bann. Du kriegst einen Bann. Autos mal. Manfred, flieh. Manfred, ich glaube an dich. Ich habe jetzt eine neue Po-Spalte. Dann kriegst du ihn raus. Das schaffst du, Manfred. Nein. Wir sind keine Paletten. Die ganzen Generatoren. Das ist schlecht. Oh, ihr und eure scheiß Böller, ey. Das sagt der, der einen blendet. Ja, genau. Du und deine scheiß Taschenlampe. Aber ehrlich, du. Das war wohl nix. Manfred, komm doch mal vor. Das war wohl nix, ne? Ein Satz mit x. Echt ein Glück, dass ich gesehen habe, wie er vom Generator weggehüpft ist. Der denn? Der Generator. Kann er mit dem Generator weghüpfen? Hier ist ja ein Lochgalopp. Der Schmetterling kann fliegen. Ja, das Tor ist offen. Haha, das Tor ist offen. Wir hauen ab, ne? Haha, das Tor ist offen. Der Schmetterling kann fliegen. Genau. Warte. Ey, warte. Ey, du Arsch. Das ist wieder klar. Das war wieder klar. Renn. Das müssen wir jetzt schaffen. Ach. Gar keine Chance. Und wenn, dann grabbelt er mich genau vor der Linie weg. Kennt ihr doch. Oder er hat jetzt noch letzte Tötung oder sowas. Was? Ich kann Ultman sehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß ja nicht mal, wo das Tor ist. Also keine Chance. Ja, warte. Ich komm dir angehen. Ich seh dich nicht. Ja, warte. Ich muss erst mal. Guck mal links von dir. Genau. Ja. Lauf, lauf, lauf doch zum Tor. Du weißt doch, wo das ist. Ja, heilen ist wichtig. Und dann kommt er und dann bist du tot. Und dann gibt's wieder Beschwerden. Wo seid ihr denn? Der Schmetterling wartet. Lauf ich richtig? Ja, ja. Hier rein. Was, hier rein? Kannst du jetzt mal nicht hüpfen? Ja, ich finde ich kurz mal anfassen. Ja, ich will nicht kurz mal anfassen. Ja, sicher ist sicher. Ich trau' den Doktor nicht. Ich guck mal. Da ist safe aus. Ja. Und da vorne ist auch schon Sabi. Ja, ich muss. Genau deswegen. Können wir uns wenigstens einmal einmal hinten lassen. Bringt doch jetzt eh nichts. Zu spät. Ja. Wir können dann durch. Er ruft euch beide doch. Wiste? Hat was gebracht. Was denn? Ach, das Heilen. Ach so. Ich dachte, das hinten lassen. Weil wir da zuletzt waren. Nein, deswegen sag doch, Heilen ist wichtig. Sonst wärst du jetzt am Boden, hätte er dich gehabt. Ja, und dann hat er mich wieder zum Haken getragen. Oh, mein Rücken. Ja, weil ich so viel gekämpft habe, ja. Ein Stern, was? Ein Stern. Nein, jetzt hör auf. Der deinen Körper heute zersägt. Ich hab alle Sterne gegeben, ja. Der durch deinen Darm durchfegt. Genau. Jetzt sind wir mit durch, ne? Ja, ich bin jetzt hier aufgenommen. Reicht auch. Ja, find ich auch. So. Was? Ich hab heute lange gebraucht. Das reicht. Ja, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich hab morgen wieder viel zu tun. Nein, nein, nein. Doktor, schreib dich jetzt mal krank. Hä? Wieso Doktor? Der Doktor ist krankgeschrieben. Ja, der Doktor soll und werden krankgeschrieben. Und da heißt es nicht, hä? Ich kann mir jetzt kein Krankschreiben leisten, Manfred. Das weißt du doch. Wenn's meine Mutter erkannt, kann das auch schon. Ja. Da können andere Leute nicht arbeiten. Das geht nicht.